So, das glaube ich auch von dieser Zong, wir machen mal einen kleinen Stimmungstest. Dann fangen wir mal an mit einem ganz klassischen, ihr kennt es, soll in jedem Heimspiel sein. Brinker Berlin, Servus, du bist der ganz Heim, dich in ihm lohnt es. So, also, wir schauen mal, wie es hier heute ist. Vielen, vielen Dank an alle, die heute hinterhergebracht haben. Ich weiß, es ist immer ein Riesenaufwand für euch, aber ich glaube, die Kinder haben heute einen riesigeiligen Moment. Mit der Elf ist Jan Quatzer, die 20 Tatjana Kessler, die 24 Frank Baumann, 51 Sint-Lupfeld und 42 Claude Friedenberg-Laschke. Im Tor waren die Kassel-Haskies die Nummer 1 Michaelin Quatzer. So, und als nächstes ist die Starting Six und mein Mikro ist ein bisschen zu laut. Die Starting Six ist der LR. Und als nächstes ist der LR. landscaper Artist kontakt folgendes mitfilm Nürnberg Josef Marta 201 Bitte unbedingt wegfahren Nürnberg Josef Marta 201 Das sind 2,3 Autos Block hier pies Riga! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Kassel! Danke! So wird es oder weiter geht es. So wird es oder weiter geht es. Untertitelung. BR 2018 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 So, ab geht der zweite Rüttel, der Break-Up gegen die Kassel Huskies. So, ab geht der zweite Rüttel. So, liebe Sommerinnen, wir haben noch ein paar Grüße, und zwar der Sommers Bischauer wird heute 45. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute. Die Grüße kommen vom Floß, eben vom Erich. Wir wünschen Ihnen natürlich auch alles Gute. Es ist schön, dass du deinen Geburtstag hier und heute bei uns im Eisstadion verbringst. Und dann haben wir noch eine weitere Lust, die Sattler begrüßen, die Poliginelle Simone und André und wünschen viel Spaß beim Benefit-Spiel der L.A. Pistrakers. Das wünschen wir natürlich auch weiterhin viel Spaß. Ja, leider mal! Doe den jetzt noch einen. Auch jetzt ist es frei. Ja, wirtschaften eigentlich. 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 Ja, wirtschaften eigentlich.